Hallo, die Linear Resolution, wie auch immer sie auf Deutsch heißen möge, ist eine weitere Möglichkeit, um zu zeigen, dass eine logische Aussage nicht erfüllbar ist. Und dadurch, dass sie dann nicht erfüllbar ist, können wir zeigen, dass eine andere logische Aussage erfüllbar ist, indem wir die Umkehrschlusslogik benutzen. So, aber das ist jetzt unwichtig. Wir überlegen uns, was ist die Linear Resolution. Hier auch nochmal auf Japanisch. So, das soll uns nicht weiter stören. So, wir haben jetzt hier mehrere Klauseln. Die sind natürlich alle mit und verbunden. So, und, und, und. Und wir wollen uns überlegen, okay, also wir wissen ja hoffentlich auch, dass wir können diese zwei zusammenfassen zu einem B, weil sich das nicht auch und das A weghebt. Dazu später mehr. So, die Frage ist jetzt aber, wo fangen wir an und wie machen wir weiter? Wenn wir jetzt 4 haben, dann ist das nicht so wichtig, aber wenn wir 100 haben, dann wird es schon wichtiger auszuwählen, wo fangen wir denn an. Und die Linear Resolution, die sagt uns, wir fangen einfach irgendwo an, zum Beispiel beim ersten, und sagen, hier, guck mal, hier kommt ein B raus, so wie eben schon. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt machen wir auf jeden Fall mit unserem neuen Ergebnis weiter. Das ist das, was die Linear Resolution sagt. Das Ergebnis, was du als letztes hergeleitet hast, benutzt du als nächstes. Das heißt, du machst dann hier weiter und hier holst du dann ein, zum Beispiel nicht C raus. Und dann machst du hier weiter. Und nicht C, C löst sich auf zu nicht B. Und jetzt, Achtung, nicht vergessen, die, die du hier hergeleitet hast, die kannst du natürlich auch benutzen. Das heißt, am Ende kriegst du mit dem B und mit dem Nicht-B die leere Menge und hast bewiesen, dass dieser Ausdruck nicht erfüllbar ist. Und dadurch hast du bewiesen, sagen wir mal, das kürzen wir mal ab als A und das kürzen wir mal ab als Nicht-B. Und jetzt haben wir hier eine Formel, die heißt, aus A folgt B. Und das hier haben wir bewiesen, dadurch, dass wir bewiesen haben, dass das hier nicht erfüllbar ist. Dahinter steckt die Logik des Umkehrschlusses. Das Denken überlasse ich euch. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was die Linear Resolution ist. Vielen Dank fürs Schauen.